ja hi und willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu play final fantasy 7 remake ja in der letzten folge haben wir hier uns noch ein bisschen durch sektor sieben sektor sechs durch die slums von sektor 6 durch gekämpft haben so ein paar trottel hier verprügelt die meinen irgendwie zu kompensieren für irgendwas und ja wir noch okay ja da ist dieser moment weg aus der sack erneut zu sagen irgendwie kann man glaube ich doch hier zurück und die an nummer spielen haben die nicht irgendjemand hier im spiel gesagt keine ahnung jedenfalls egal wer geht jetzt mal weiter der kurate los ist spielen wollen wir nicht ein paar sekunden nach dem letzten part und für alle ich habe ich mal kaputt wollt ihr denn wie kannst du sein fragen auch stufe gestiegen sagt dass man kilometer weg zeit des abschieds hat ja ich denke nicht nein ich wollte mein gott kampf modifikation so wird mir ja wohl irgendwas leisten können wahrscheinlich eine materia slot in element attacke magische attacke ich brauche zwölf weg und sonst will ich nichts anderes jahr gerade das ist ja für eine technische mucke im hintergrund weil sie sieben hohe soziale kontakte ich habe schon ob man das hätte vermasseln wenn man sie hätte hängen lassen können ja hier sind war cool der spielplatz das ist das tor zu den slums von sektor sieben ist verschlossen und nun wie wärs wenn wir etwas plaudern nein dafür haben wir keine aber ich habe ich hier manchmal blumen verkauft weißt du ach ja sag mal cloud du warst rang eins nicht wahr ist das etwa ein problem du ähnelst ihm nur ähneln wem denn meiner ersten großen liebe wie hieß er kann ihn vielleicht das war ein komischer name wie hübsch äh deine augen ach so das sind die folgen des marco hat jeder soldat ich weiß hätte nichts sagen sollen wir müssen nach vorne blicken na gut ein moment vielleicht auch da konnte man rein aber ich habe das gemacht warte mal eben ein geheimgang der führt bis zu den slums in sektor sieben dann bitte sehr kommst du alleine nach hause was wäre denn wenn nicht dann bringe ich dich das wäre doch albern ist schon okay zurück nehme ich nämlich einfach die sichere abkürzung also dann willst du los nein ich war nicht von mir trennen was genau genau das ist jetzt der bank warum kann ich nicht chillaxen ja und wenn ich ja schon mal bin und ich komme ich wieder zurück wir sagen uns jetzt in der wahl treffen ok warum das cloud nach hier ist noch mal zu krummer mann eter ich dachte ja was richtig geil ist jetzt so versteckt war und sonst ist ja also nix meine kommt einmal noch ich will noch mal ich noch mal schön jetzt denkt sich noch was zum teufel ist los und wer glaubt ja ja darauf habe ich gewartet was machst du hier die details erkläre ich dir später ich will corneo etwas auf den zahn füllen geh du zur bar zurück und melde dich bei barrett aber keine angst ich komm klar wer ärger macht kriegt ein tritt also gut nichts da du musst dir helfen ach was die wird mit den kerlen da locker fertig corneo ist tückisch wie eine schlange wie stark deine freundin auch ist er wird sich um sie wickeln und ihren widerstand einfach brechen außerdem fährt sie direkt in sein nest da gibt es noch andere gefahren los klaut sie ist jedoch wichtig du musst dir helfen doch jetzt kommen doch jetzt kommen er wird schon ja ich sehe wir dann unsere zu verlieren da haben wir irgendwas übersehen ist ein bisschen mehr gelaufen ohne hat ich erkunden konnte naja ja dann ging es doch relativ schnell ja zu diesem gebiet wieder wahrscheinlich hat man haben wieder so zehn parts in dem gebiet weil da wieder alles können sachen machen müssen so ich das vermute stappen herbert okay ich will dann können wir sehen in diesem spiel ich bin echt gespannt wie der aussieht daher wird sich da hinten dauert sich da vorne schon draußen ehrlich eine kutschfahrt gefährlich weißt du vielleicht wo die junge frau ist die in dieser kutsche war ich habe keine zeit um frage und antwort mit euch zu spielen kein kunde kein service wir haben noch weniger zeit willst du es drauf anlegen was was ist hier los seid ihr neu in der stadt macht mir bloß keinen ärger wir suchen die junge frau die mit dieser chukubu kutsche gefahren ist und wollt ihr mir auch verraten warum ihr diese frau sucht wer wollen sie befreien wenn das kein ernst zu nehmender notfall ist allerdings fahren wir verdammt viele leute durch die gegenseite gesagt du willst sie genauer beschreiben genauer sie kann ganz schön hart zutreten sie kann ganz schön hart zutreten ich fürchte das hilft nicht weiter du redest doch nicht etwa von tiefer doch genau ich wusste was ich bei das anscheinend noch jemanden schwer erwischt aber ich muss dich leider enttäuschen tiefer wirst du ne ganze weile nicht mehr wiedersehen warum das weil sie was besonderes hat deshalb wurde sie zur brautschau in don corneos villa eingeladen eine brautschau so nennt corneo es wenn er sich eine neue gespielin sucht und tiefer wird seinen geschmack sicher voll treffen als ein langjähriger vertrauter kenne ich seine vorlieben nur zu gut du wirst dich darauf einstellen müssen dass sie die villa so schnell nicht mehr verlässt im schlimmsten fall sogar nie und wo ist diese villa wenn ich fragen darf ey warte mal führst du etwa irgendetwas im schilde mit sowas will ich nichts zu tun haben lasst mich da bloß raus folgt mit euch dann müssen wir uns wohl erst einmal in der stadt umsehen ok oder ich habe ihn mein schwert in den hintern dann hört er bestimmt auf mich und jetzt will ich zu reden na klingt das nach einer guten idee ja ja zum ersten mal dafür ihren schokobo sehen in dem spiel ja ne wahlmarkt willkommen auf dem wahlmarkt hier wird gefeiert geschleppt geschäkert ohne nervige sicken polizei natürlich haben wir auch was für pärchen im angebot vergnügt euch zu zweit oder vergnügt euch getrennt oder sucht ihr vielleicht arbeit der wahlmarkt wartet auf euch kein bedarf gehen wir hier war es mit arbeit wir sind für alle ich hätte gern geld hat man da meine ja jetzt zwei süßen wie sieht's aus habt ihr schon eine bleibe für heute nacht gefunden ich hätte da das perfekte zimmer für euch turtel täubchen wieviel bei interesse helfe ich dir gerne weiter irgendwann müssen wir uns noch mal hochheilen wir kümmern uns um alle deine bedürfnisse hey was geht wir brauchen so eine verstellung nein johnny hast du ihn gesehen ich bin extra gekommen um ihm sein lieblingskissen zu bringen sonst kriegt er auf seiner reise ja kein auge zu ein gesunder geist wächst nur in einem gesunden körper heran und für einen gesunden körper braucht man mindestens acht stunden schlaf eine harte matratze und natürlich ein passendes kissen willkommen eine pause gefällig warum nicht herzlich willkommen wenn ich mal hat bezahlt cool er sagt weil ich dachte ja passiert irgendwann schmutzig ist aber in der reaktion von iris da kann man irgendwie nichts kaufen jetzt mit war jetzt kommen wir nicht rein da haben wir eine troche schicken ein paar sie wartet sogar da schon hier drin ok und ja alles noch so erkunden dafür sind wir umsonst also schwer würde ich mich jetzt hier nicht hat euch schon mal die slums ja angesehen wenn wir etwas viel schlimmeres vorgestellt dafür wie es draußen aussieht sieht es doch hier dann noch halbwegs wohl aus die ganzen karten abstehen wir so versteckt oh ja warte mal kaputt vielleicht kaputt ja weißt du jetzt sollte irgendwie ein job sein oder so und dann wenn man da gedrückt hat dann kam so ein mg hat gesagt klauen block kaputt vielleicht kaputt noch vorsicht kollege ist nichts rausgekommen da muss wohl das fließband gehakt haben genau deswegen ist die mg losgegangen oh gott ist das hier groß das ist ein shop ich glaube dass dieser eine typ für eine chat leiden und müssen machen shop und gehen wir mal dahin weil da ist der alternative eingang aber eigentlich reingehen sollten wir sind shop hier ist musik wir sind eine apotheke aber wir bieten auch andere dinge an honeybee in haut gott komme ich da auch ein wie machen sie das in diesem spiel da war sie sehr da war wahrscheinlich die merkwürdigste stellen allen final fans sie ist überhaupt ich hoffe es ist genauso wie damals aber ich habe sowas gefühlt nein irgendwie gruselig so kommen wir hier noch so ist aber schon mehr los ne merkt man na du hübsche macht so schon mal am stehen und das auf mich gewartet ja gut da lang ich dachte weil der honeybee entstand ich warte noch bis die ersten nebenquests hier auftauchen alles kanal meine alles kanal fähigkeiten hier gefragt werden ist klar was passiert wenn du hier schlapp machst oder selbst wenn du hier krepiert wird dir keiner helfen diese schmerzen okay schmerzig gehen da kommen wir mal wieder andere eingangs aussieht wahrscheinlich durch geht dem aus dem weg das der truhe allesamt ist ganz schön neugierig dass du dich in dieser dunkle seite wollte so mutig bist lasse ich dich noch einmal laufen ausnahmsweise dann lass mich gefälscht dadurch sonst setzt es eine natürlich wir können uns gegenüber ich werde bestimmt irgendwann vergessen hier einzusammeln dann rege ich mich auf schämt jetzt wenn man weiß ich nicht eine truhe irgendwo findet man kommt nicht dahin dann weiß ich vergisst man sie am ende ich glaube ich kann ich das wo ich hin wollte hier materia shop na 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 ja der team ist auf der matratze geschild hat genau hast du das schild draußen gesehen bei mir gibt es materia was hast du alles was ich schon habe irgendwie ist aber noch ein größeres gebiet auf der karte sehe ich gerade muss das hier keine ahnung ja noch ob es hier noch was gibt scheine ich nicht aber ich will es noch karten gebiet hier erkunden hier gibt es aber nichts standen die schon vorher muss bestimmt nehmen ist ja uns mäßig sowieso irgendwann hier überall hin rennen jetzt zum beispiel der truhe das ist ja schon mal schön und ein sternen anlänger beschützt mich vor gift für wetten schützt einen von zustand gibt ja wenn ich das schon auswendig weiß näher weil es ist also so ein accessoire oder gegenstände in was jeden fall fans vorkommen man kann ich mir zurücklaufen sondern da komme ich ganz zurück wir gehen aber wieder zurück erstmal erstmal jetzt die aufträge kommt noch ne da wollen man das große da wird auch viel merkwürdiges zeug ab ich werde da ganz bestimmt irgendwie mission erlegen müssen oder oh gott erinnere mich gerade was ich alles machen muss um einen die villa rein zu kaufen ja dafür interessant als eine sache nicht unbedingt im remake mal sehen wollte gleich neben feine fans die sechs wo man vor einem zug weg rennt und dem währenddessen bekämpften sublex verpasst einer karte die sollen feine fans die sechs remaken dann werde ich soweit von durchdrehen so ich wollte eigentlich mal den waffen shop genau suchen der ist da ganz unten na 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 da wird hat irgendwie die hp und so hoch galt kann man nicht irgendwie rein so da oben ist man so nicht ich habe da werfe karte ist auch hier müssen wir hinten geht auf dem weg da ist noch irgendwie was was man doch ging genau jetzt habe ich die gleiche platte noch mal gekauft wirst du die haben wenn du möchtest denke ich sie dir fahren boy farm boy man ist das für ein thema ob man jetzt nicht bekannt von der name ich habe sie noch gesagt du sagst ja nicht nein raus aus meiner küche raus raus habe ich gesagt hier wird vor laut vier roboter so habe ich jetzt alles erkundet nämlich in sort von oft verirrenden wiesen geht das sage ich jetzt schon mal so ich dachte erlebt jetzt ein toter typ hey oh 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 letty oder das hieß er glaube ich biszeit dann gucken wir mal so jetzt sagt farbkinder ja ich sehe es doch wie bist du immer an so vielen orten zur gleichen zeit für meine forschung bin ich bereit bis ans ende der welt zu gehen aber ihr fortschritt hängt von dir so neue esbar freue mich über jede unterstützung ich habe eine neue hypothese und ich hoffe du kannst mir helfen die notwendigen daten dadurch man eine alten hier erledigt ich weiß nicht wie man die eine kriegsbericht für eine neue beschwörer materie und dann auch noch um die materie zu verfolgen schaue ich in diesem park nicht mehr ich bin schon wieder ein paar erledigt eine unterstützung kommt wirklich abgeschlossen ich konnte wieder neue materie entwickeln man zeigt mal meister der gegenstände verwässert werden von dem kampf in gesetzten gegenständen ja warum nicht jetzt kostet 5.000 und beinahe dass wir sehen so wie noch mal denn schokomoppe die lasse erstmal links hier nach dem shop und so was habe ich dann für neue sachen oh gott da muss ich echt mal googeln weil ich habe keine ahnung wie ich da ich habe mir schon dutzende mal durchgegeben ich weiß bis heute noch nicht genau ich das machen muss ja da muss ich erledigen schock phänomen schaden gegen einem shops schon auf 200 prozent ok nagashi ok hat wenn die in den shop zustand versetzt zweimal vision anwenden aber heißt man sich extra noch mal nach holen und ausrüsten man wird ich würde nur sagen wir gucken uns hier noch um ganz schnell oh ja ja ich weiß genau deswegen wir ja noch mal irgendwann hingehen müssen wir müssen wahrscheinlich erst mal in die will eingehen johnny nein johnny macht das nicht johnny der waage und ich hoffe dass wenn ich dir jetzt nicht direkt folge die mission irgendwie weg geht ich will es nur zum waffenladen noch gehen ausrüstung und so was alles und dann kann man ein paar bänden dann tue ich den rest irgendwie am nächsten mal aber wir haben auch 30 minuten gerade perfekt weil markt ok weil mal die teile von walmer neue waffe hart klinge ersatz teilen ist seine tugend ist sie in die klinge graviert ein heftiger schlag mit chance bros ende mit schrecken ok ok da zieht cool aus ja wohl war als andere brauche ich wieder nicht dreck dass es war es kommt gott ist da teuer angene bildungskraft wird sich um zehn prozent nach jetzt sind das alles so sachen wir jetzt noch ein bisschen teuer sind jetzt nicht dann kann man auch die waffe ja ein bisschen hochleveln ich würde sagen im nächsten paar versuche uns dann an diesen schokomoppe und dann gucken wir mal ja ich wahrscheinlich bei den ganzen pfad verbrauchen ne ich habe es nicht geguckt eine magische attacke physische attacke schock freder arbeit für den ding einfach spezial für ich kann gegen gegner und schock zu einer stand tp ok aber nix mit irgendwie nix irgendwie was meine materie oder so ich meine hat drei dinge also nicht schlecht sagt man ja physische attacke ich glaube das ding ist mehr auf angriff ausgelegt als irgendetwas anderes dieses schadter plus magischer attacke schaden von normalen an fünf prozent schaden von schwertwirbel schaden von normalen angefangen 89 hart klinge ich glaube die gab es auch im original ne ich meine macht sind ja alter ist sie stark grüß mal einer die wert von denen an dann kurz meiner er wird von dem teil an ja okay ein materie das laut weniger aber 89 junge leck kommen mir oder mal nur so aus neugier kann ich irgendwann anders noch reinpacken ja wp4 wp6 magische attacke plus 88 da ist noch physische attacke plus 16 schaden von schwertwärbel 5% abwehr jetzt jemand aus ich habe lieber die immer geholt wenn ich überhaupt irgendetwas habe ich muss ja mal sparen bei den ganzen gegantrag wird rüsten wir mal die neue waffe aus ich glaube ich tue dann auch weiß nicht schon mal irgendwie materie ich tue mich schon mal hier so wohl aber ich glaube ich auf screen dann tue ich ja schon mal die passende materie reinpacken für den boss kampf also aus kampf in den schokomoppe und ja dann gucken wir mal wie ich mich so anstelle in dem kampf da machen wir ja noch ein bisschen weiter indem wir uns hier noch so ein bisschen umschauen und so ne ich sage dann jedenfalls dankeschön für zuschauer in der nächsten folge geht es dann weiter mit dem wallmarkt und ja wenn sie sich dankeschön zu schauen ich habe euch hat aber einen klasse mit einer beugen kommentar das würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss und und Untertitelung des ZDF, 2020